Und da sind wir auch schon wieder zum nächsten Video. Die letzte Schlacht. Ich hoffe, wir kriegen es hin. Fürs 2, hoffe ich. Wenn meine 5 leben. Oh mein Gott. Ja. Alter. Oh nein. Hey. Alter. Ey, was ein Freak hier. Hola. Hola. Und wie sollen wir ihn besiegen? Den? Da oben müssen wir ihn nicht besiegen. Wir müssen hier durchs Level kommen. Jawohl. Nein. Jawohl. Lauf. Alter. Was ist? Was ist? Das war mein Gutmann. Alter. Oh mein Gott. Hilfe, ich komm nicht hoch. Oh, du hast mich getötet. Entschuldigung. Tschüss. Ich sag ja, zwei Flärfungsziele. Geh weiter. Oh. Komm. Toll, jetzt bin ich klein. Ich hab dich gerettet. Oh, oh. Ich hab die Tür geöffnet. Ja, prima. Und ich hab keinen Pilz. Pelz. Echt? Mmh. Na gut. Oh. Äh. 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 Ähä. Äh. 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 Ähh. Äh. nicht lauf durch muss ich jetzt spät na ja was machst du denn auf seinen kopf ist ein bisschen schwierig hier hallo wo bist du ach du kommst nicht mehr na prima hallo wenn er hoch der einfachste boss im ganzen spiel das kommt er noch mal hoch oder so ich konnte nur weil das zu einfach sagt das wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen ich sag dich auch oh mein gott ist jetzt auf dich alleine gestellt prinzessin prinzessin ich komme die kdimdrop hat ist ja die sammeln ich hätte er aus der luft oder was schss ich hab dir noch moe nichts nicht jawohl jawohl was soll ich jetzt machen vielleicht muss ich da drauf und in den hubschraub schraub alter oh mein gott da muss ich mich nicht ducken los rein jetzt fliegt b b gehe ich doch in die luft ja ich fliege über ihn drüber warte mal da ist ja ach so wo bin ich da ich sehe mich nicht oh mein gott ich habe mich nicht gesehen und uns beide muss ihn dann ablenken oh man ich lenke ihn ab okay wie so ein spiel das übelst hart fliegt ja genau ja wo soll ich hin wo soll ich hin alter was ein affe ja hammer hart unnötig echt meine güte ja genau ja ey was ey was ey was ich muss so schnell gehen warum gehst du bitte hammerhart das ist oh was was ich 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 mich ich 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 den das ist du kann höh 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 er röpp b bb er ja gleichs Wurde wieder auf mir rum, ey, der ab. Sobald der hoch ruf... Sobald der hoch ruf... Ja, genau. Und dann rennst du ganz schnell. Ja, toll. Krieg mich auch nicht weiter. So. Du hast kein Leben mehr. Hm. Ja, jetzt drückt er mich wieder die Ecke, ey. Und ducken. Ruf springen. Ducken. Ja, kann das Ding mal runterkommen, ich will den Mark kaputt kriegen. Und ruf springen. Und ruf springen. Und ruf springen. Und ruf springen. Und ducken. Ja, jetzt bin ich gleich töd. Und sobald der springen... Lauf! Ist klar, ey. Ja! Okay. Und ruf. Alter! Ja, guck mal, der hat Feuer geworfen. Das ist... Weiß ich schon nicht. Doch! Du hast es. Oder? Genau, oder? Ja, du hast es. Wir sind ein gutes Team. Und was mit dem Kleinen da? Ja! Klar, freiwillig darunter. Guck mal, wir sind ein gutes Team, ne? Und eine meiner Anweisungen ist nicht so schnell reagiert. Aber Tutetta ist leider nicht dabei. Guck mal, da hinten versteckt sich einer. What? Kein Kuss? Keine Ahnung. Halt, bestimmt, weil ich nicht Mario bin. Super. Aber Tutetta ist wieder da. Ein, Mann. Eine meine Mimie. Mau. Oh, oh. Ich hätte das, ich werde das Kugelsen. Toll, abgestürzt! Yay, das sind wir zwei! Hi! Dort hat er unsere Luigi! Oh ja! Super! Das sagt man mir jetzt! Wir hören! Oh! Entschuldigung, Mario! Tut mir sehr leid! Komm her! Oh! Fall daneben gehüpst! Genau! Jo! Wo kommen sie überhaupt fällt, die ganzen Münzen? Oh Gott, oh Gott! Ach, die Böschi macht die Münzen so hoch! Ah, stimmt! Ja, 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 schluss! Dumm, dumm, dumm! Ey, wie kann man denn daneben hüppen, ey! Ja, das... So... Mann, wir schaffen noch 100! Wer weiß, wie lange das hier geht, ey! Das soll jetzt einfach hier bei dir stehenbleiben! Zack! Ja, das funktioniert! Ja, klar! Guck! Soll ich aufmachen? Nein! Wieso? Zack! 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 Guck mal, wir haben schon 100! Ja, wey! Zack! 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 Ja, 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 ja! Der steht da voll weg da und die? Kann ich den aufheben? Ja! Ich kann den aufheben, alter! Hei, haa, ja, 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 ja! warte, dann kann ich doch einfach hier dann kann ich doch oh, na du, tut mir leid das warte ich nicht so, zack zack oh, mir leid mal so, jetzt bleib ich hier stehen und mach einfach hier den ah, das siehst du doch ah, den hab ich nicht bekommen, den auch nicht ich stehe schnell nach oben wo sind sie alle, wo sind sie alle hin ich weiß nicht, wie lange der Abspann hier ah, nein, ich hab gefallgelassen wie lange der Abspann hier geht so, ich glaub, solange die Schrift da ist äh, wenn schluss die Schriftlaufen bewegt die sich hast du gesehen? oh, nein, ich hab keine Puppe oh, nein, ich hab mal ah, ganz viele Münzen vorbei höh ich müsste alle aufnehmen können alle Menschen auf meinem Kopf äh, ja, 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 ja wir haben 460 das ist voll gut unser neuer Highscore Ende Ende? Legende Das war ein schönes Spiel. Na ja. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Spiel beendet. Deine Speicherdaten wurden ein Stern hinzugefügt. Du kannst jederzeit im Menü speichern. Danke. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, das ist was Neues. Die Röhre bringt dich jetzt auch zu einer geheimen Insel. Im nächsten Video. Machen wir das. Ja, die gucken wir uns im nächsten Video an. Auf Wiedersehen. Voll die Abspannung. Noch kein Wiedersehen, da kommt noch was. Die Röhren bringt dich jetzt zum Superstar Boulevard. Auch übrigens, hast du schon alle Sternenmünzen gesammelt? Äh, keine Ahnung. Egal. So, okay. Dann jetzt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschau. 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 Bis zum nächsten Mal.